Ja, was ergab die Analyse der letzten Internetfernsehsendungen sozusagen, ja sozusagen immer wieder ähnliches, Corona in Wirklichkeit nichts los, sagen die Leute. Bodo Schiffmann spricht also von der Fehlerhaftigkeit des Testes, so nach dem Motto, wie es auch Trump in den USA sagt, wenn ich viel teste, wenn ich 40 Millionen Tests mache, dann kriege ich natürlich lauter falsch positive Testergebnisse und Trump meint dann wohl, dass davon wohl 99% eben nicht krank sind, sondern gesund. Ja, und Bodo Schiffmann spricht von der Fehlerhaftigkeit des Testes, spricht auch davon, dass neuere Studien wohl so darum kreisen, dass die tatsächliche Sterblichkeit bei Corona bei 0,135 liegt, also in der Größenordnung einer leicht kräftigeren Grippe. Überall würden auf Demos und so weiter keine Masken getragen, aber es gäbe auch nirgends irgendwelche Toten dadurch, ja. Dann sagte einer, ja, dass die Medizinindustrie ließ angeblich eine Frau nicht aus dem Krankenhaus heraus, wegen angeblicher Corona-Testergebnisse, die noch abzuwarten wären. Also die Tendenz, übergriffig zu sein, dass die Medizinindustrie und die Pharmaindustrie quasi der Gesellschaft vorschreiben will, was sie zu tun und zu lassen hat, das ist sozusagen immer, ist ja sowieso schon lange bekannt, dass es diese Tendenz gibt. Ja, dann auch in Ischgl hätten die Studien ergeben 0,13% echte Sterblichkeit, das wäre also wieder eine, das was wir schon lange sagten, kräftige Grippe, sozusagen. Dann Trump, also wie gesagt, muss man sich mal klar machen, in den USA sterben jedes Jahr in der Größenordnung von drei Millionen Menschen sowieso. Und wenn dann so ein kräftiger Grippeerreger-Variante Corona da ist, dann wäre es doch eigentlich zu erwarten, dass dann sozusagen in den letzten 150 Tagen, das waren ja auch eher Wintertage dabei, wo sowieso die Sterblichkeit höher ist, also in den letzten 150 Tagen hätte man in den USA ungefähr Größenordnung 1,5 Millionen Tote ganz normal als ganz normale Sterberate erwarten müssen. Und jetzt müsste es ja eigentlich, wenn wirklich ein Killer-Virus am Werke wäre oder natürlich die Maßnahmen auch eine eigene Übersterblichkeit erzeugen, weil ja auch die Maßnahmen selbst tödlich sein können und tödliche Folgen haben können, müsste man ja jetzt in den USA irgendwie ganz deutlich über 1,5 Millionen Toten in den letzten 150 Tagen liegen und wahrscheinlich ist davon nichts zu sehen, sondern einfach nur die Medizinindustrie in den USA testet auf Teufel komm raus, um eben Trump sozusagen in die Schranken zu verweisen, so nach dem Motto, je mehr wir testen, desto mehr sozusagen können wir immer davon reden, dass es neue Fälle gäbe. Aber in Wirklichkeit, wie Trump sagt, sind das ja gar keine Fälle, sondern nur Testpositive, möglicherweise auch Falschtestpositive und krank davon ist praktisch kaum einer und sterben tut auch kaum einer davon. Und dann müssen wir uns ja klar sein, dass natürlich auch die, die, die sozusagen die, ja, wir müssen gucken, wie viel Prozent der angeblichen Corona-Toten sind in Wirklichkeit gar keine Corona-Toten, sondern hauptsächlich an anderen Todesursachen gestorben. Ja, und dann wird gesagt, dass Professor Hendrik Streeck, dass auch da bei ihm sozusagen die Sterblichkeit, die ja mal bei 0,37 angegeben war und wir dann auch nochmal nachgerechnet hatten, dass es schon auch dann eigentlich viel niedriger ist und dass das jetzt auch, wurde nochmal die Zahl genannt 0,15 Prozent, das wäre wieder eine Sterblichkeit von einer kräftigen Grippe. Ja, gut, so viel erstmal im ersten Gang zu Corona, naja gut, auch Bolsonaro in Brasilien hört nicht auf die Pseudo-Experten der Medizinindustrie und ist da vielleicht auch gut beratend, denn, wie gesagt, Medizinindustrie ist das Gleiche wie eine Fast-Food-Industrie und wir hören ja auch nicht auf die Fast-Food-Industrie, wenn es darum geht, uns über gesunde Ernährung zu unterhalten und uns da beraten zu lassen. Nein, die Medizinindustrie ist ein Geschäftsbetrieb mit einer Tendenz zur Gefährlichkeitsüberschätzung aller möglichen Dinge, weil daraus zwangsläufig ein erhöhtes Verkaufsgeschäft an Maßnahmen, an medizinischen Maßnahmen resultiert. Und niemals darf man auf ein Geschäft hören, wenn man die Wahrheit über eine Sache herausfinden kann, denn unter Bedingungen der Marktwirtschaft ist jedes Geschäft neigt dazu, sich so zu äußern, dass es den eigenen Verkaufserfolg auf Kosten der Gesellschaft erhöht. Und die Politik hat halt den Kardinal-Irrtum begangen, auf geschäftlich interessierte Experten zu hören und auf neutrale Experten wie Biologen, die sich mit Viren auskönnen oder Naturwissenschaftler, die also einen völligen Abstand zur Medizinindustrie und pharmazeutischen Industrie haben und die dann zu fragen, ist das denn eigentlich alles logisch? Ja, und immer wieder taucht das auf, was wir schon seit Monaten gesagt haben, dass man doch hätte sozusagen erst einmal, was weiß ich, 70 Prozent der Intensivbetten voll werden lassen sollen, so wie, so auch wie man es im normalen Grippewinter hat sozusagen und dann, dann sozusagen, wenn mal 70, 80 Prozent voll sind und es droht, dass wir 100 Prozent Grippe, also Intensivbetten voll kriegen, dann hätte man immer noch einen Lockdown machen können und außerdem wäre es dann in dem Moment auch, natürlich muss man natürlich auch sich immer fragen, werden die Intensivbetten voll gemacht, weil eben irgendwo in der Welt die Idee einer Corona-Pandemie rumgeistert und werden deswegen leichtfertig Intensivbetten vergeben an leichte Fälle, das hätte man sich natürlich auch noch fragen müssen dabei. Also man sieht, naturwissenschaftlich muss man sich also tausend Dinge fragen und nicht einfach glauben, wenn uns die Fastfood-Industrie erzählen will, wie wir uns gesund ernähren sollen und uns angeblich aufklären will über Ernährungsfragen und genauso hätten wir niemals, hätte die Politik niemals den Fehler machen dürfen, Schluck Wasser, sich bei einer Geschäftsindustrie wie der Medizin- und pharmazeutischen Industrie sozusagen Rat zu holen. Das nennt man im Volksmund, man darf doch nicht den Bock zum Gärtner machen und das ist naturwissenschaftlich genau richtig, man sollte niemals den Bock zum Gärtner machen. Ja, dann mal nochmal zu den Reformen der nextscientistsforfuture.de Achso, erst einmal noch Hinweis, wenn Leute sprechen von weltweitem Emissionshandel wegen CO2, dann ist das eigentlich nur eine Salami-Taktik. Salami-Taktik bedeutet, dass man alle Probleme, die uns die soziale Marktwirtschaft weltweit, der Kapitalismus weltweit macht, dass man davon immer nur ein winziges, dünnes Scheibchen behandelt und in dem Falle nur Corona behandelt. Was ist es aber mit den anderen Luftschadstoffen und Giftstoffen? Die werden natürlich nicht behandelt bei einem Emissionshandel CO2. Was ist mit den anderen, tausend anderen Problemen, die uns der Kapitalismus weltweit macht? Die werden alle nicht behandelt. Und so ist dann sozusagen die Salami-Taktik die, wir machen einfach weiter mit allem, was so ist und machen, kümmern uns immer nur um ein winziges Scheibchen. Dann brauchen wir noch Millionen Jahre, bis wir eine vernünftige Welt hinkriegen und davon kann ich nur dringend abraten. Wir sollten also sofort mit den 20 Reformen der next scientists for future alle negativen Folgen der Marktwirtschaft und der Arbeitsteilung weltweit gleichzeitig lösen und zwar sofort lösen. Alle auf einmal lösen, sodass wir nicht Millionen Jahre brauchen, bis wir dann nach der Salami-Taktik nach und nach alle marktwirtschaftlichen und arbeitsteiligen Probleme der Welt gelöst haben, sondern alle auf einmal mit den 20 Reformen der next scientists for future sofort lösen. Na, so, dann, ja, wir sollten in Zukunft davon sprechen, dass es also eine echte Gemeinwohlwirtschaft gibt, und zwar die der next scientists for future und dass die Kontra-Gemeinwohl-Ökonomie steht. Ja, also echte Gemeinwohlwirtschaft versus Gemeinwohl-Ökonomie. Und die beste Lösung eben ist eben diese echte Gemeinwohlwirtschaft der next scientists for future. Ja, ja, und dann noch ein neuer Gedanke bei uns, also den next scientists for future und deren echter oder richtiger Gemeinwohlwirtschaft, sind die Finanzbilanz und die Gemeinwohlbilanz in Deckungsgleichheit überführt. Und das ist eben die beste Lösung, ja, dass man also nicht sagt, wir wollen jetzt die Gemeinwohl-Ökonomische Gemeinwohl-Bilanz, Schluck Wasser, an die Stelle der Finanzbilanz setzen, sondern wir kombinieren einfach die Finanzbilanz und die Gemeinwohl-Bilanz, bringen das in eine Deckungsgleichheit, überführen wir das durch die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten zugleich und dann kriegen wir ein Gesamtergebnis, nämlich kriegen immer raus, ob ein, jemand, der professionell tätig ist, uns eher geschadet hat oder eher genutzt hat und das kriegen wir dann als Ergebnis. Ja, soviel zu dieser Kurzausgabe der wissenschaftlichen Tagesschau heute. Natürlich dürfen am Schluss die Namen nicht fehlen. Hier all die, die sich irren, die ganzen Irrtumsträger mit ihren gefährlichen Irrtümern. Und wie gesagt, der Hinweis, wer nicht auf dieser Liste ist, der soll jetzt nicht denken, dass er besser wäre, sondern der steht auf dieser Liste nicht, weil er eben so viel mehr Irrtümer trägt, dass wir ihn gar nicht mehr der Rede wert halten, also gar nicht mehr erwähnen. Also bitte alles durchlesen, diese ganzen gefährlichen Irrtümer hier. Das sind noch die, mit denen man noch insgesamt, also noch reden kann und reden sollte und so weiter. Und dann kann ich ankündigen, dass wir am, ich glaube, am 16., Donnerstag, 16. Juli, die Talkshow mit Granido, also einer friedensschaffenden und weltverbessernden neuen Währungsform, also Geldform, diskutieren werden. Und deswegen seid gespannt auf die wissenschaftliche Tagesschau heute Talkshow, Demokratie pur, freie Argumenteplattform, wie gesagt, angesetzt und eingeladen für den 16. Juli. Ja, bis dann, das war es schon mal wieder für die heutige kurze wissenschaftliche Tagesschau heute.